Hallo für den Markt für Wohn-Eigentum in Berner Oberland. Mein Name ist Markus Gerber. Ihr habt gewusst, dass die verschiedenen Generationen sehr unterschiedlich miteinander kommunizieren. Der Baby-Boomer, Baby-Boomer bis etwa 1964, ist der Face-to-Face, also der will 1-zu-1 an einem Test-Hockey miteinander sprechen. Dann gibt es die X-Generation bis 1977. Diese schicken vor allem eine E-Mail, wo ihr die Frage stellt, ob ihr E-Mail wieder zurückgeantwortet bekommen. Oder auf dem Internet Informationen holen können. Dann gibt es noch die Y-Generation bis etwa 1992, die sich vor allem auf Facebook informiert. Die Weidle-Gase hat sich auf das eingestellt, d.h. 033655 0303. Ihr könnt uns anrufen. Wir machen unseren Termin ab, ob auf einem Objekt, oder bei euch zu Hause, oder bei uns im Büro. Ihr entscheidet das selbstverständlich. Für die X-Generation www.villa-gasa.ch Auf unserer Internetseite könnt ihr eine Dokumentation runterladen, Informationen holen, könnt ihr uns eine E-Mail schicken und so euch informieren. Y-Generation Facebook www.facebook.com 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 Vielen Dank.